Also ich möchte mal wissen, wer hier so feige ist. Ich musste ja heute mit meinem Kind, weil sie einen Sportunfall hatte, beim Barren. Sie hat zu Deutsch-Spunkt genommen und hat sich dadurch ihre Schulter verrenkt. Sie hatte eine Schulterzehrung. Zweitens hat sie ihren Fuß gestoßen, ihren kleinen Zeh. Der war blau. Und da haben wir jetzt einen Verband rum mit Kühlung. Das ist auch Sportbefreiung. Und als ich heute zur Haltestelle hinkam in Klüts. Habe ich ja ihren Ranzen getragen. Bin rübergegangen auf die andere Seite. Richtung Tarnowitz. Da standen viele Kinder. Ich weiß nicht, ob die Kinder alle beschäftigt sind mit ihren Handys. Und nicht mitbekommen, was auf der anderen Seite läuft. Aber diesen Knall hat jeder gehört. Es gab einen riesen Knall. Ich hörte, wie Kinder sagten, da müssen wir eine Strafanzeige machen. Da müssen wir, äh, 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 das ist Sachbeschädigung. Und in dem Moment habe ich mich umgedreht. Habe gedacht, was ist denn jetzt los? Da sah ich drüben auf der anderen Seite zwei Jungs und drei Mädchen. Oder vier Mädchen. Ich weiß es nicht. Die Glasscheibe von der Bushaltestelle Wismarische Straße war kaputt. Zerschmettert. In Einzelteile. Das hat richtigen Rums gegeben. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Ob ihr dagegen gefallen seid oder euch geschubst habt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Weil hinten habe ich leider noch keine Augen. Vielleicht wäre es mal ganz gut so, dass ich hinten auch Augen hätte. Nee, ich glaube, das wäre schlecht. Jedenfalls war ich mit meinem Kind beschäftigt, weil sie halt diesen Schulunfall hatte. Und ich nicht informiert wurde. Zweitens ist da irgendwas passiert. Aber komischerweise. Die Kinder, die dann auf der Seite standen Richtung Tanewitz. Auf einmal haben sie nichts mehr gesehen. Was ist da jetzt los? Seid ihr zu feige, um auszusagen? Was ist denn da jetzt passiert? Warum habt ihr gebrüllt, da müssen wir Sachbeschädigungen anzeigen? Was ist denn da passiert? Ich habe es nicht gesehen. Ich stand mit dem Rücken zu dieser Bushaltestelle. Aber diesen Knall habe ich noch in den Ohren. Da kann ja einer nur mit dem Hammer gegen gehauen haben. Oder mit dem Stock. Oder mit dem Stein. Oder ich weiß es nicht. Das ist Panzerglas. Wie kann denn sowas passieren? Die Kinder, die da vor Ort sind, die das mitbekommen haben, die Mädchen und die Jungs, rufen dann irgendwo an und sagen Bescheid, dass die Scheibe entfernt werden soll. Das könnte sich ja auch noch einer verletzen. Das hat natürlich keiner getan. Das habe ich getan. Um euch zu schützen. Jetzt könnt ihr wieder bockig sein und stinkig sein. Ist mir auch egal. Aber ich frage mich, wenn man eine Wut hat, es muss ja nicht mal das gewesen sein. Es kann ja vielleicht auch so einfach passiert sein. Ich weiß es nicht. Spinnen wir mal weiter. Aber wenn man eine Wut hat, muss man das nicht an Gegenstände auslassen. Da kann man einen Boxsack nehmen. Oder andere Sachen. Denn eine Haltestelle, da möchte jeder drin stehen. Und wir haben uns gefreut, dass wir Haltestellen haben, wo wir uns unterstellen können, wo wir nicht frieren müssen. Und dann an so eine Leute sind die das kaputt kloppen. Oder auch nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Dann ist es schon beschämt und traurig. So hat die Glüzerwismarische Straße wieder mal keine Haltestelle. Und ich wäre auch dafür, dass die Eltern zahlen müssen. Ohne Ende. Für Vandalismus. Oder Vandalismus. Nennt sich das? Ja. Und komisch, dass es keine Zeugen mehr gibt. Keiner hat es gesehen. Komisch. Ist schon komisch in diesem Boltenhagen und Klütz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keiner hat es gesehen. Wer war es denn nun? Ich kann es nicht sagen. Ich stand mit dem Rücken zu euch. Ich habe nur zwei Jungs gesehen, wo ich mich umgedreht habe. Und drei Mädchen. Große. Man sollte wenigstens den Hintern in der Hose haben und dazu stehen. Auch wenn es aus Versehen passiert ist. Zu sagen, ja, ich war es. Den Hintern sollte man wenigstens in der Hose haben. Aber ich glaube, den hat es heutzutage keiner mehr. Es ist traurig und beschämt. Wieder eine Haltestelle kaputt in Klütz. Und keinen interessiert. Gut. Vielen Dank.